Mir mit dem Sichtfeld nicht, es ist voll nah, Alter, das gibt's doch gar nicht. Egal, das ist erstmal... Guck mal, jetzt spielen wir gegen ein anderes Team, wir haben 18 Leben, wir dürfen halt nicht so oft sterben. Irgendwas stimmt mit meinem Sichtfeld nicht, Digga, das kann nicht sein. Alle haben dieselbe Waffe. Ja, ja. Nein! Du kannst hier auch andere Waffen... Warte mal, irgendwas stimmt mit meinem Sichtfeld. Ja, jetzt ist mein Sichtfeld, Digga. Erstmal reinkommen ich dann, ne? Letzter Platz, wir dürfen nicht so oft sterben, Digga. Spiel taktisch. Kann das gar nicht, ja. Ja, ich bin mit, Digga. Mal rein. Mein Gott, Alter. Hier, hier, bei mir, bei mir. Oh, da kommt einer. Der Feind hat unsere Leben geklappt. Jetzt haben wir 7-2 auf die Fresse gekriegt, jetzt haben wir nur noch 11 Leben. Jetzt kommt wieder, jede Runde geht zwei Minuten oder so nur. Ja, wir sind einfach. Ich hab'n Kill geholt, Junge. Ich hab' auch. Hier, und links, oben, auf dem Ding ist so ein Leben, das kann man einmal einsammeln. Oh, mein Gott. Ich hol' den Tucken. Jetzt haben wir ein Leben dazu geklappt. Oh, oben in der Mitte ist einer. Und drin. Und drin. Oben drin, im Turm, rechts. Oh, dieser Uhrensohn. Oben, rechts im Turm, ist einer. Noch ein Gold. Oben, Turm, Turm. Neuer Werden, muss das hoch. Oh. Mut immer das Geld und Platten vom Boden auflegen und aufgeben. 100 Sekunden, komm, go, 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 go. Okay, 9-5 gewonnen, 9-5 gewonnen. Aber wir haben noch 7 Leben. Oh, wir sind dritter im Moment. Wir müssen noch ruhiger werden. Ah, wir spielen gegen die Brecher. Und der Tucken ist wieder in der Mitte. Nice, Granate. Tucken habe ich auch. So, bei mir drin schon im Haus. Die haben zwei Stück. Ah, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Chilt, chillt. Wir müssen die Leben überleben. Wir können ihn ein bisschen nehmen. Links im Haus einer. Noch einer links weg. Kann sein, dass Spawn-Swap ist. Ihr müsst aufpassen. Ja, Spawn-Swap. Ja, einer links. Der pusht bei dir da, ne? Er ist tot. Einer rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke weg. Spawn-Swap. Auf, weg. Wichtig. Gut, Jungs. Links im Haus. Jawohl. Ja, geil, geil. Boah, haben wir die genommen, Alter. Wir haben nur 2 Leben verdorben. Ja. Sei mal leiser, Affan, Junge. Hä? Ja, okay. So, jetzt kommt Kaufrunde. Pass auf, jetzt wichtig. Ich wieder kaufen. Jetzt wichtig. Äh, bei, bei, warte mal, bei Extras. Wir müssen die Drohne kaufen. Boah, Kriegsmaschine, Digga. Ja, das kannst du kaufen. Kannst du kaufen. Warte mal, Drohne, wo ist Drohne, Digga? Wo war das? Hier. Spionageflugzeug müsst ihr mal kaufen, bitte. Und ich hab ein Leben gekauft. Hier, das ist immer wichtig, hier, wo ich stehe, Leute. Kommt hier. Spionageflugzeug. Wenn ihr noch Geld habt, kauf. Ja, ich kann es auch mal. Und ihr müsst euch Geist holen, als Perk. Weil die anderen haben auch Drohnen jetzt, ne? Ihr müsst immer Geist holen als erstes. Aber egal, wir spielen erst mal einfach. So, wir müssen... Ah, die haben auch eine Drohne. Ja, ja, die haben auch eine Drohne. Ui! Ja, die haben Geist. Ja, die haben Drohnen an. Ich hab keinen Geist. Scheiße. Rechts einer geblendet, wo ich die Granate hingeworfen hab. Da muss irgendwo einer sein. Noch einer! In dem blauen Container hinter euch! Oh, ich hab ihn! Nein! Hinten ganz beim Flugzeug. Einer knittert oben zum Leben. Er ist weg, aber das Leben ist auch weg. Wieso, das hat man noch gar nicht? Nein! Ich hab dir das nicht genommen. Ja, bei Afan ist Party. Scheiße, 4-3 verloren. Immer wenn man gewinnt, kriegt man 1000 Dollar extra. Oh, wir sind letzte. Ja, wir hätten gerade Leben kaufen müssen. Egal, jetzt ruhig spielen. Ruhig. Daniel, du holst den Tug in der Mitte. Boah, Alter. Beide bei mir. Beide bei mir, Alter. Zwei Stück bei mir. Einer weg. Hat der rei geholt bei mir. Noch einer da hinten beim Spawn. Nein, der hat nichts mehr hinten. Alter, wir haben keine Leben mehr. Überleben, überleben. Ich hab einen geholt, ich hab einen geholt. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Weg, 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 weg. Boah. Alter, wir haben alle keine Leben mehr. Alter, guck dir das an. Boah. Also, wenn du jetzt stirbst, kommst du nicht mehr wieder. Okay. Ich versuch, das Leben zu underekt. Haben wir ihn geholt? Nein, ja. Einer weg. Außer Gefecht. Ja, wir haben sie, wir haben sie. Jetzt können die als Zweitwaffe die Waffen einsammeln von denen. Echt, Brotwaffe? Brotwaffe? Was ist vorne? Stan. Ne. Hä? Ich kann gar nicht die... Meiner wirft dann die andere weg. Ja, meiner auch. Nee, Stan und Robotapult. Ach so, ja, jetzt. Ja, man darf nicht irgendwie zweimal ne Dings. Damit euch das Geld ein, was überliegt. Ich hab hier noch Geld gefunden. Na ja, wenn man die immer weiter verbessert. Aber wir müssen jetzt gleich Dings kaufen, leben. Wie viele Kills habt ihr oben rechts? Ey. Loll, nu. Daniel 3 oder so. Wie viel hast du? 1, 13. 12. 13. Was sagst du jetzt noch, Digga? Du hast ein Kilo mehr. Jetzt darf keiner sterben, Alter. Holt den Tuck. Ja, ist mega schwer jetzt. Keiner weg. Ich kann uns den Tuck holen. Ab ihn. Mein Leben ist noch möglich. Los jetzt. Ah, Mitte durch. Geradeaus durch ist noch einer. Einen hab ich genommen. Ich komm noch einmal wieder, weil er den Tucken hat. Boah, defensiv, Alter. Einer bei dir, Daniel. Der pusht irgendwie. Er ist fast tot, aber ich hab nichts mehr zum Werfen. Fuck. Oh, nein, ich weiß, ich muss drüben. Er ist tot bei mir. Nein. Zwei bei mir. Einen hab ich genommen. Einer pusht durch. Du bist alleine. Gegen vier. Ne, gegen drei. Und einer kommt noch einmal wieder. Noch 10 Sekunden. Ja, ich versuch's zu überleben. Ja. Oh, Junge, werf was. Hau ab. Nix. Loll, er hat's geschafft. Und wir haben sogar gewonnen, Alter. Affan, sei mal leise. Loll, der eine ist Rang 400. Oh, wieder nicht kaufen. Fuck. Ja, in der Mitte, die im Ging-Fraum macht. Ja, da pusht schon einer. Oh, ich bin schon fast tot. Er ist tot. Ich hab ihn getötet. Oh, ich komm niemals wieder. Fuck. Noch einer weg. Ich versuch, den Tucken gleich zu holen. Ich hab ihn gleich. Chill mal eben. Zwei bei mir. Ich hab den Tucken, Daniel. Ja, ich bin wieder da. Einer tot. Oh, ich brenne. Fuck. Noch 10 Sekunden. Das ist hier vorn. Naja. Oh, einer neben dir. Oh, lol. Wo kam er denn her? Oh, Affan. Jawohl. 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 Sammle alles ein. Sammle alles ein. Ach, nee. Geht nicht mehr. Scheiße. Oh, Finale. Komm, Finale, Leute. Lass direkt gewinnen das Game. Sei mal leise, Affan. Oh, 0, 0. Oh, zusätzliches Leben. Ich hab ja... Ja, kauft Leben und Brot. Freie Leben gekauft. Affan hat nichts gekauft. Ich hab auch noch einen gekauft, dann. Okay, gut. Die Fritze raus. Bring dich an, Affan, Alter. Los, wir brauchen das Leben oben. Ja, holt ihn mal. Oh, mein Gott, der gerade hat... Gut, weggelegt. Hey! Einer hat so ein Flammending. Nein! Er hat den Flammenwerfer. Oh, weg hier. Wir müssen so oft auf ihn drauf schießen. Aber lass erst die anderen töten. Konzentriert euch erst auf die anderen. Wir müssen erst die anderen töten und dann den Flammenwerfer am Ende. Ich hasse, Alter. Ja, wir können sowas auch kaufen, aber wir müssen... Nicht sterben bei den anderen. Wo ist der? Danke. Oh, komm, der ist das hier. Ja, ja, ich weiß. Du hast fast keine Chance. Der ist ein, der ist ein, der ist ein, der ist ein Brenner. Ey, lebt nur noch er? Kann das sein? Kann sein. Der hält lange, der hält lange. Wir müssen Granaten alles drauf werfen. Ein Gegner noch hinter die Affern. Oh, einer? Ja, einer lebt noch hier hinten. Man sieht es so auf dem Radar, Leute. Leute, fickt ihn. Hier, er ist hier hinter. Okay, der ist weg. Jetzt ist doch der Typ. Von allen Seiten. Ja, okay. Wuuuuh. Geil, Alter. Lol, die einen haben nur 17 Leben, ey. Lol. Hier, ich hab Dings, ne? Ich hab Drohne an. Also, achtet drauf. Alle anderen Teams müssen besiegt werden. Noch ein bisschen Tone, aber auch ein bisschen Tone. Ja, ja, Tone. Ich bin mal Tone. Verflag. Jetzt kann man einen Token holen. Ja, ich hab ihn. Ja, zwei sind noch hinten. Die kämpfen ganz hinten. Die gucken nur geradeaus durch. Die pushen gar nicht, zwei Stück. Einer weg. Er hat nichts mehr hinten rechts. Er hat Granate geschluckt. Ja, gut. Wieder hinten rechts. Ja, keine Ahnung. Ja, egal. War gut, war gut. Nicht so gut, aber... Ne, ich hatte Legs irgendwie. Jojojojojo. Ich war voll, dass ich hatte Legs. Jetzt kommt er wieder im... Boah! Sag mal voll die Tiere, Alter. Guckst du dir die an. Neues Spiel, neues Team. Zwei Stück rechts pushen. Zwei pushen dich. Ja, komm. Ach komm, die pushen ohne Ende, Alter. Was für Tiere. Ja, der ist zu gut. Der nimmt schwarzen Uniform. Das ist sicher, Alter. Er ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Digga, alles ist der Fett, 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 der Fett. Ich glaube, der Fett, der Fett, der Fett, der Fett, der Fett. Ich versuche gerade nur zu überlegen. Noch einer weg. Ja. Ah, ich hätte die Lastung gehabt, Alter. Ja, 9-7 geht aber noch. Boah, letzter Platz. Danke, Affan. Ich bin nicht gegen den Ersten. Oh, das wird hart. Digga, bei mir Legs durchgeht gerade. Ja, dann ist es gut. Einer hat das gelegt. Zwei. Ah, er ist tot, aber trotzdem. Nicht so pushen, wenn die nicht pushen. Ja, die campen, ne? Ja, ja, deswegen. Was sind das für Camper, Alter? Ich werde hier auf den Ecken hocken. Ganz echt, einer. Yo, alle drei gepickt. Könnte Spawnspot sein. Das war gut. Ja, einer ist ganz hinten rechts. Ich greffe eine Granate. Hast du erfahren. Daniel ist der gepusht? Nee, Link. Aber er hat auch... Er ist jetzt vorne. Nice. Komm, ein Kill noch. Holt nochmal was. Holt nochmal was. Habt ihr einen. Habt ihr einen. Lass gerne los. Denkt an den Tucken. Ich blende die und ihr könnt ihn tucken. Ja, ja, ich mach den mal. Ja, ja. Ich hab Drohne an, Leute. Ich hab Drohne an. Aber nicht alle sicher. Ja, ja. Ich hab zwei Stück vor euch. Ja, ja, drei gepickt. Noch vier lebt nicht. Einer dahinter ist tot. Spawnswap, guckt auf die Kamera. Äh, Radar meinst du? Noch einer tot. Aber auch eine. Ja, einer hinten in der Base kommt. Ihr kennt hinten rum, das Schwein. Er liegt hier. Ich hab ihn. Alle tot. Ah, schade. Schade. Ich hab noch eine Waffe einsammeln können. Ne, leider nicht von ihm. Boah, haben wir die eliminiert, Alter. Aber warum war das jetzt so schnell? Achso, weil wir zu spät gewonnen haben. Sonst hätten wir noch Zeit zum einsammeln gehabt. Oh nein, nicht wieder die. Wir haben den Token. Einer tot in der Mitte. Ich hab noch einen, ich hab den Goal. Oh, ich hab den Token. Ich hab die Granaten. Ich hab die Granaten verpackt. Ich hab den Token. Ich bin noch einer! Er hat nichts mehr Er hat 4 Granaten Ich werfe jetzt die ganzen Granaten auf ihn Er ist da hinten drin Er ist da hinten drin Er ist los Sammelt die Waffen ein Der Volkssturmgewehr ist die von Anfang Und ich hab jetzt ne PPSH als Zweitwaffe Ich hab ne Sniper genommen Ja gut Ich hol gleich 2 Sniper Jajajaja Ich hab 5.000 Erst die anderen 2 töten Und dann Ich hol den Tupen Ja er hat mich Links oben auf den Zug einer Wir müssen erst den anderen Ja oben drauf ist einer Der Home ist weg Der Home ist weg Aber jetzt nur noch der Typ glaube ich Ne hier ist noch einer In den Zügen Damit Scheiße Er tot Er ist tot Ich glaube nur noch er Ja Jetzt eigentlich nur noch er Ja geht irgendwo hoch und schießt um Trotzdem tötet der einen Scheiße Ey wir haben keine Leben mehr Mann Fuck Wir müssen weiter weg bleiben Wir müssen weiter weg schießen Man sieht ihn ja 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 Da lebt noch einer ne Es lebt noch Es lebt noch einer Einer rennt mit ihm Ja ich hab auch auf ihn geschossen Ja ich hab auch auf ihn geschossen Ja ich hab auch auf ihn geschossen 2 Siege hintereinander What the fuck GG Boys 17 Eliminierung Ba Hier da fick ich ihn Schön auf dem Tank hinten drauf Wenn wir das jetzt auch noch gewinnen Ich schwöre dann gebe ich dünner aus Lol Wie er es nicht Drei mal hintereinander Niemals Zwei Stück Affan da ist einer vor dir Den musst du haben Affan Ich hab ihn Ich hab den getroffen eigentlich Naja er hat auch nichts mehr Einer weg Oh Oh einer weg Ich hab den Tucken Der Bauch rein Hinten links Ihr seht es auf dem Radar Ja Die haben alle noch keinen Geist Das können sie nicht haben in der ersten Runde Der Bauch rein Der Bauch rein Der Bauch rein Immer aufs Radar Immer aufs Radar Vor einer weg Einer ist geflasht Vor einer weg Boah starke Runde Starke Runde Alter Von mir Wir haben ein Leben verloren Digga Ja Ja gut Ja okay Ja Neues Spiel Neues Team Zwei Stück Einer hinten vor die Affan Zwei Stück Zwei Stück Wunder Der duty Zwei Stück Zweifeln Ja Zwei Stück Kamper Eventuell illo Wunder Spauf Spuan Spauf Ja einer hinten rechts Tangle 하나� Wooh wooh Der ist da hinten drin Affan Der ist da bei dir drin. Der ist hier drin. Was ist das für eine Pillowrunde hier, Alter? Egal, wie scheiße sind die gerade? Was ist falsch mit dir, Dicke? Gehirne Schütterung. Ja. Ich bin Token. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch unter dir gefunden. Boah, die campen, Alter. Der eine hat die Bar. Er schießt von hinten, Vorsicht. Kein Spionageflug, leider. Einer ist ganz hinten links. Einer ist genau damit und einer ganz links quasi. Ja, der mit der Bar ist weg. Nein, gar nicht. Dicke, ich will die Bar von einem. Töte mal. Wir müssen mal ein Team gewinnen. Er ist tot. Einer? Ja, fuck. Ja, die campen nur noch. Alter, was ist das für eine Runde, Alter? Schade, die haben nicht überlebt, der eine. Kaufrunde. Caldera oder auch Rebirth? Ne, überall. Auch Rebirth. Spione am Himmel. Ich fühl mich. Oben, grauen auf dem Zug, einer. Hast du? Ich hole das Löwen. Ja. Achso, alle tot? Er ist weg. Ja, er ist weg. Warte mal. Hier sind zwei Lilande. Falls ihr noch keine Lilande habt, hier ist noch eine. Komm, ich komm. Warte mal, die M1 gerannt als Zweitwaffe. Okay. Ja, was ist das denn? Hier ist doch noch einer. Hä? Hat noch einer. Sammle Geld ein, los. Jalla. Verhalten euch. 19 Sekunden. 19 Sekunden. Loll. Noch 10 Sekunden. Hier ist noch einer. Halt die Schnauze, du. Deine Mama. Läuft jetzt. Echt dreimal hintereinander? Ja. Ja. Er sollte man ja wohl schaffen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann werde ich zum Detektivjur. Dann muss AFA einen Döner ausgeben. Ja, ich glaube nicht. Kein Leben holen jetzt, ne? Einer ist ganz links. Äh, AFA weg. Oh. Er ist da links in der Ecke. Was ist das für ein Camper? Ich hab grad gesehen, wie schnell er mich holt. Ey, dieser Box. Dieser Box mit der Bar. Vorsicht. Er ist ein Gott. Ja, er ist da so in so einem Glitch, alter. Ich hab ihn. Da selber. Links. Noch einer neben mir, vor mir. Links. Er pusht dich. Hab ihn. Bei mir einer. Hab den anderen auch. Ich hab ihn kaum. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ah, doch. Einer ist im... Oh. Bei dir. Bei dir. Vor mir. Noch einer tot. Noch einer tot. Jawohl, Alter. Schade. Aber wir haben sie nicht getötet, ne? Wir haben überlebt. Boah, 15 von nachts. Leben. Leben in der Mitte, Leute. Ich hab das Leben. Ich hab auch einen genommen. Aber die kommen von rechts bei mir. Ja, vorne. Beide rechts. Also zwei rechts. Einer hinter dir. Einer. Einer weg. Er hat mir oben angeschossen, nigger. Hinten drin. In dem Haus. Ja, ja. Da hinten in der Ecke. Ich hab ihn gesehen. Lass den ficken, dann haben wir ihn. Ja, ja. Hinten. Hab ihn. Ja, ich hab ihn. Oh, er hat eine Guld, ne? Aber ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich besser ist. Ja, gut. Ich hab jetzt die Bar und die Grüne. Oh, ne, guck mal. Die Goldene verzieht mehr als ich die eben hatte. Ja, ja. Aber dafür hat man 100 Schuss. Man hat 100 Schuss. Man hat 100 Schuss. Man hat 100 Schuss. Man braucht nicht mehr nachladen, jetzt. Jawohl. Wir holen uns ihre Leben. Ja, haben wir gewonnen. Lol, nur noch gegen uns. Lol, zwölf Leben. Lass uns aus Spaß noch mehr Leben kaufen. Ja, ja. Ja, okay. Ach, Quatsch. Ich geh da rein, Junge. Ja, natürlich. Hier, Spionageflugzeug. Da kannst du alle drei töten. Guck mal, die haben nicht mal Geist gekauft. Einer weg. Tschüss. Da war auch ein. Ersten bei dir, Daniel. Das war's, oder? War lau. Einer noch, oder so. Hol mal den Tuck und einer. Warte, ich hab den Tuck auch noch gesichert. Oben drin. Drei mal hintereinander, Alter. 22 Eliminierungen. Jaja, er lügt sich immer drei dazu. Mann, nein. Soll ich ihn machen? Ja, ich hab 41. Deine Mama hat 41 Schwänze, Alter. Lohn. Ja, das ist so lange, bis wir verlieren, würd ich sagen, oder? Ja. Häng dich an, Affan. Sei mal leise, Junge. Ob wir jetzt nochmal gewinnen, Alter. Chris, wenn wir die Runde gewinnen, Döner, Spender. Nee, Big Man ist nicht mehr. Döner ist ja schon. Zwei Puschen rechts. Einer weg. The Wall Bank. Hartfunk Tocke. Einer liegt auf dem Boden, einer tot. Ja, Spawn, Swap, Spawn, Swap. Ja, Spawn, Swap, Spawn, Swap. Ja, einer hinten rechts. Spawn, Swap. Ja, Spawn, Swap. Ja, Spawn, Swap. Ja, ja, das oben war hin. ich hab nicht mal ein kehl in dieser runde gemacht ich hab gar keine menschen gesehen ich hab keine ahnung ich wurde von ihm angeschossen da ist irgend so ein ding explodiert abfahren alter gar nicht gestorben weil er man sich bei dem einen Ich hab den Kopf dahinten. Hab den Kopf jetzt. Zwei. Einer in der Mitte ist richtig. Bei dir, Kovic. Ab ihn. Hab den einer. Sie spawnen, der kommt hinter mir. Wer ist gar nicht mehr. Ja, er ist ganz hinten. Hinten rechts. Einer. Er ist weg. Einer bei dir. Einer in der Mitte in diesem Haus. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Er ist geblendet bei dir, Affan. Oh, ich hab den anderen noch fast. Schei. Hä? Alter, wir rasieren ja alles, Alter. Oh, aber die anderen haben auch noch 12 und 12. Gegen Schwache. Oh, 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 oh. Schei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hab den Bocken! Yo! Ich hab ihn! Oh, ich hab ihn! Einer Puschel in der Mitte! Da ist der Boden gelegt, Digga! Nein! Ja, die Camping ist hierhin, aufpassen! Die Camping ist auf! Hab einen! Einer kommt von hinten! Hab noch einen! Ja, Spawn Swap! Wahnsinn! Ja, die Granaten, wenn die Wagen explodieren, das knallt immer! Werfen Granaten! Jawohl! Wir holen uns hier daneben! Ja, 7.5, okay! Die anderen haben kein Leben verloren, die 12. Die anderen, Alter! Okay, die müssen wir jetzt platt machen, dann können wir alles einsammeln! Okay! Hab einen! Hab einen! Ja, sammelt einen, sammelt einen! Wir haben gewonnen! Gegen welche geilen Waffen! Ja, der blaue! Ich hab auch blau! Oh, ne! Er ist aber schon höher auf! Blau, okay! Oh, voll Sturmgewehr! Ich hab 10 mal gelevelt, Alter! Idiot! Mit einem. Ich hab einen Halt! Ich hab einen Halt, aber macht einen! Ich hab einen Halt, der hat die Gap. Jawohl, wir holen uns ihre Leben. Die eine haben noch stabil Leben. Ich hab dich sogar mit den Leveln jetzt überholt, weil ich zu gut bin, Alter. Weil du mal alleine spielst. Ja, voll. Ja, ich spiel doch nie. Zwei Stück Pushen rechts, sind da in dem Ding drin. Und einer in der Mitte, zwei rechts, einer in der Mitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, rechts. Wir haben weniger als 15 Leben. Oh, was? Wir haben noch eine Verfolgungsgranate. Wer hat die Granate? Hab einen. Wie ist denn das losgeschafft? Digga, der eine kippt doch hier drinnen. Ja, ja, eine. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Mhm, so geht auch gerade. Äh, Drohne, Drohne, Drohne. Hab einen. Ja, die kämen. Ja, lass die kämen. Ja, lass die kämen. Achtung, Granate! Wir eliminieren, wir jaller. Der kommt. Ja. Ich hab noch einen geholt bei mir. Da ist noch einer bei dir. Jawohl, wir wollen uns hier erleben. Ja, den wollen wir uns hier erleben. Ja, ja, wir nehmen alles auseinander, Junge. Äh, oi, 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 Junge, ist ganz anderes Niveau. Jawohl, 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 jawohl. Auch Runde, ne? Ne, lol. Und wieder? Tocken! So, keiner von euch will den tocken. Wo ich den tocken. Wer hat die Granate? Einer ist ganz hinten rechts in der Ecke, ganz hinten rechts. Hinten rechts immer noch in der Ecke, ganz hinten rechts. Hab ihn auch. Lol. Und, wupp. Vorsicht, es sind weniger als 10 links, der Herrich. Der ist unsicher. Der ist roten, der. Ne, ne, unsicher. Versteckt sich. Mhm. Du musst ganz hinten in die Ecken gucken. Man kann in den Ecken nochmal so rum affern, genau da, wo du bist. Der muss in der anderen Seite sein und dann so ganz rechts oder ganz links. Komm, 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 komm. Hier! Ja! Oh, egal, schaff' noch. Das geht weiter. Neue Waffe! Hier ist noch PPSH, das ist eine Zweitwaffe hier. Jawohl! Wir holen uns ihre Leben! Boom! Oh! Loll der muss aus. Geh ran, Junge! Loll der Coat nasch! Ich ruf dich gleich an, ja? Letzte Runde! Daniel, kommst du dir wieder Flammenwerfer? Ja, komm. Ich hol mir Flammenwerfer. Ist das der Foto? Nee, Flammen und Out ist der. Ich hab Flammen und Out für Flammen. Ja, mach. Dann, schwierig für's Team. Ich hab Dings gekauft, eben. Ja, komm auch noch Dings. D0. Tomori has left the game. Ja, der war aber gut. Alter, legt das jetzt mal. Wie viel Kills ihr Wichser? 21. Naja, genau. 21? 28. I'm the master of disaster, Junge. Ja, das weiß ich doch nicht. Ach, das ist bei Warzone schon so. Ach, Lutsch, deine Mama ist dünn. Lull Tor! Für Paderborn gegen Hamburg, jawoll! Willkommen bei Champion Hill! Alle anderen Teams müssen besiegt werden! Ich bin beim Top. Wenn einer schrieb, dann nehm ich Dings. Einer ist hier in der Ecke, aber. Ey, Digger, die Drohne ist so wertvoll am Anfang. Wenn keiner ghostet. Digga, ich nehm gleich den Tucken, Alter. Ja, ich warte auch die ganze Zeit. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Der hat nichts mehr vor die Affen. Nein, der hat's doch was geholt. Ich hab doch fast ein Gold, der Girl. Ja, aber das kann doch nicht sein. Spielen wir. Ja, warum ist so nicht die, die Dings. K.D. bei Warzone. Ich schieß grad einfach das Dicke. Oh, die Granate in meinem Maul, Alter. Ja, die campen. Naja, die sind komplett am Campen. Ja, hinten links in der Ecke am Campen. Die campen komplett nur ab. Ja, ja. Die campen die Wege ab. Werft Granaten. Ladet die Granaten auf, Leute. Pusht da nicht rein. Hinten rechts hat Granate gefressen. Schön. Ja, ja. Granaten. Granaten. Granaten da rein. Guck mal die Granaten. So, wieder Pistola. Der hat unser Leben geklaut. Kleine fixen in Camper. Fichser, Alter. Ich hoffe, ihr hört mich, Alter. Ich schnitze euer Mutter den Bauch auf, Alter. Nach der Runde bin ich aber weg, leider, ne? Nein, 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 nein. Wenn mal jetzt. Aua. Noch ein Gauch. Einer hinten rechts. Boah. Geradeaus vor mir quasi. Bei Affan. Oben im Turm. Oben gerade bei dir, Daniel. Da ist noch einer bei dir. Ja, ja, ja. Die Kämpfer. Komplett geradeaus. Okay, spielt ein bisschen defensiver, Leute. Oben links im Turm. Der Turm weg. Einer kommt von ihm. Zwei. Komplett von ihm. Zwei Stück. Von ihm. Da war auch mein. Da war auch mein. Jetzt kommt die Gegner aber hier. Noch einer weg. Oah. Eieiei. Wuh. Baby. Aber das wird wieder nicht kommen. Das ist das Problem. Ja, hinten links campen sie, ne? Ja, ja. Er ist weg. Warum holt denn einer? Ja, der hat nichts mehr. Hinter euch einer. Der ist im Cloud Container hinten. Er ist weg. Boah, hier explodiert alles, Alter. Und sogar mein Duder. Hab ihn. Hey, dieser Stan hat keinen Rückstoß, wenn ich auf blau macht. Fünften blauen. Dann puscht sich einer da hier. Der ist nicht mehr. Wecker. Na, danke arm bastard, ne? Ich hab gesehen wie lange du auf den Einen geschossen hast, Alter was ist los? Junge ich hab so verengst grad, ne? Glaubst du? Scheiße Ab den Token, Bruder Jakob Bei mir, Digga Ja, die anderen beiden sind bei dir Hinten rechts, hinten links Die müssen Ghosts haben außer einer Nadir? Beide, Alter Ja, du hast ihn nicht einmal angeschossen Aber ich bin zuerst gestorben, du wusstest wo er ist Ist das nur noch einer? Ich glaub ja Ja Komm, einer von links, einer von welcher Ja, ich hab ihn Ich hab ihn, ich hab ihn Hier ist nur die Lande Waffe Die Lande Stan Ne, ne Roboter, geil, ich hab die Roboter Ja Ja Die Stan hab ich jetzt auch noch Ja, ich hab jetzt eine für nahe, eine für fein Jawohl, wir holen uns ihre Leben Null Tor Ach ne Nein, nein, nein Null der Bacca So ist nämlich erst die Roboter Boah, knallt die Roboter rein Ja, sag ich doch, hab den Token Aber, aber wenig Schuss, ne? Ja, ja Ah, cool Wir haben gewonnen, Digga Wuhuuu Wache Loll, hier liegt eine goldene Stan Ich hab beide Waffen auf der Gewährung und beide Waffen auf der Gewährung Ja, mach ich jetzt auch scheiße Oh, es liegt nochmal mein Geld, ne? Ey, liegt noch überall was Leute, sammeln wir mal die Cola ein, hier auf den Kinder Loll, Alter, ich hab nicht Ey, hier ist eine goldene Stan, ne? Ach so Hier bei mir in der Ecke, ihr seht's auf dem... hier Loll, Alter, ich hab alles auf dem Rollen Und eine Roboter Noch 10 Sekunden Oh, Mann Weit ich Gewinnen, Alter, heute Jawohl, wir holen uns ihre Leben 1.570 Ich das jetzt? Ach so, jetzt Nicht zu genießen Einer rechts Einer weg Ich hol mal den Token ganz entspannt Alter, geht dieses Ding ab, Alter Zwei weg Das hat aber wenig Schuss Einer nur noch, ne? Naja, ist unsichtbar, oder was? Hey, zwei Zwei Loll, die Kills Egal, was passiert, nein, ich hab die Haltung tot Loll, Idiot Loll, Viermal Fünfmal hintereinander Wie viele Kills habt ihr? Ich hab 22 jeder 19 Ich hab 19 Ich hab keine Covid Dafür ist dein Niku nicht über 20 Loll, der hätte das zu mir gesagt, Alter Ich meinte dich dann Einer 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 Einer